Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WarpBeeLive zusammen mit... Er ist zurück, Maxify! Leute, in der letzten Folge haben wir uns diese legendären Limousinen gegönnt. Das ist nämlich ein Secret. Da muss man so bestimmte Sachen machen, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir hatten auch ein fettes Rennen. Jetzt gibt es ebenfalls etwas Legendäres, denn es war eine legendäre Folge, ein legendäres Turnier. Und zwar spielen wir heute gegeneinander Minigolf. Und wir werden gucken, ob du schlechter oder besser bist als Manual. Also, das Ding ist, schlechter geht eigentlich fast kaum. War ja so schlecht! Ja, es war unglaublich. Ich habe in meinem Leben hier ein kurzer Clip. Ja? Ey! Ich habe in meinem Leben noch nie so krank gelacht. Der hat so verkackt, der Junge. Ah, warte, wir müssen, glaube ich, auf die Insel hier unten. Ja, warte, ich fahre sie rüber, Sir. Ja, wunderbar. Was ist eigentlich mit ihrem Kopf? Der hängt durch. Der ist zu groß, Mann. Einfach zu groß. Aber Safety first, ein Fahrradhelm. Weil die brauchen wir immer einen Helm. Trägst du einen Fahrradhelm, wenn du Fahrrad fährst? Ich habe kein Fahrrad, aber... Du hast kein Fahrrad. Kannst du ein Fahrrad fahren? Ja, wie? Ja, aber ich habe Fahrradführerschein nicht bestanden, aber ich kann Fahrradfahren. Wie, du hast Fahrradführerschein nicht bestanden? Ja, kurz vor der Prüfung wurde mein Fahrrad geschaut. Ich konnte nicht mitmachen. Oh, das ist ja richtig traurig. Ja, ich weiß. Ey, ich habe auch eine richtig traurige Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, warum ich... Also, das Ding war, ich habe meinen Fahrradführerschein in der Schule gemacht. Man musste so ein paar Sachen abschließen. Und dann hat man so einen tollen Papierführerschein bekommen. Allerdings hat meine Mutter den dann mitgewaschen. Und dann war ich richtig traurig, weil der war halt dann kaputt. Und ich so, nein, ich will keine Leute. Das ist ja nicht der Original. Das ist nur eine Kopie. Ich habe richtig... Ich war halt ein dummes Kind. Ich habe halt richtig geweint, weil der halt kaputt war. Und weil der Neue wäre ja nur eine Kopie. Ach, das war... Obwohl, eins sein ist der selbe wäre eigentlich. Ja, natürlich. Kinder. Ja, Kinder. Ein Segen. Ein Segen für alle. So, wir müssen scheinbar im Regen spielen, aber das ist für dich ja kein Problem, ne? Ja, Regen ist... Mein Ziel, einfach besser sein als GEP. Ja, das ist nicht schwer. Regen ist ja auch flüssiges Gold. Ah, nee, flüssiger Sonnenschein, sagt man. Flüssiges Gold. Macht halt gar keinen Sinn. Die ganze Farbe, einfach alles weg von Gold. Vor allen Dingen, wenn es flüssig ist, muss es ja auch relativ heiß sein, vermutlich. Und dann verbrenne ich, weil ich bin keiner von Game of Thrones. So, da sind wir auch schon. Maxify, ich hoffe, du bist bereit. Ja. Für eine legendäre Partie Minigolf. So, oh Mann, scheiß Wetter. So, ich kaufe uns zwei Iron Driver Putter. Ja, ich hole uns zwei Putter. Zwei. Und den kannst du jetzt nicht mich nehmen. Ist zwar auch... Okay. Und dann kaufe ich noch einen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Okay, und dann kaufen wir noch einen Golfball. Wie hält man den Schläger richtig, Paul? Nee, bitte. Exakt so. Ja, warte. Okay. Ähm, soll ich anfangen oder willst du starten? Ich kann ruhig anfangen, alles gut. Okay, okay. Oh, das wird nie meins. Der Punktgestand wird jetzt hier so eingeblendet. Ja. Okay. Einmal berühren ist ein Schlag. Oh ja. Eins. Ach, muss ich so lange machen, bis ich drin bin? Ja, ja, klar. Bis du da hinten drin bist. Zwei. Oh, Mann. Und er muss stehen. Ah, das ist... Ja, es zählt jetzt, aber der Ball muss zum Stehen kommen. Drei. Ja. Okay, mach ich denn das? Vier. Nein. Bin ich frustriert. Na, da bin ich mindestens. Vier. Für Taxi. Psch, psch, psch. Das war... Okay. Komm schon. Nein. Sechs. Geh doch. Ich gucke nicht so. Sechs. Das ist doch scheiße. Das ist schaffend. Bis wie viel kann man machen? Ähm, ich... Zehn. Oh mein Gott. Ich würde sagen, bis 15. Ach, Gott. 19. Nein, das war einer. Das war doppelt. 11. Nein, das ist nicht. Scheiße. Warte, warte, okay. Ja, 11. Perfekt. 12. Ich dachte, du hast mir die schlechte Schläger gegeben. Nein, du hast den gleicht wie ich. 13. Das kann was werden. Das liegt am Regen. Ja. 14. Mann, ich hab doch die Ruhe. Ja, das hat man gehört. Ich hab das Klackern gehört. Und? 15. Okay. Jetzt bin ich dran. Okay. Scheißweil. Du musst dich erst mal warm spielen. So, jetzt... Ich muss ja auch erst mal reintreffen. Ja, ja. So. Ja, jetzt wir sehen. Eins. Mhm. Oh, das ist eine Brille. Oh, Mist. Das ist nicht gut. Zwei. Zwei. Ja. Drei. Oh, was? Wow. Ja, mach mal. Oh nein. Vier. Oh, Mist. Ich muss richtig schlagen. Mhm. Hü. Ja, sehr gut. Check. Ich muss... Okay, 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 okay. Einer noch. Jetzt kommt der Sechste. Ja. Nein. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Jetzt geh doch rein. Geh doch rein. Nein. Let's go. Let's go. Oh, nee. Gar nicht cool. Gar nicht gut. Ja, so läuft das. So, läuft das. Das muss ich ausgleichen. Zack. Äh, der nächste Parcours ist hier vorne. Okay, es steht 15 zu 6. Ich würde... Ein Tipp von mir, weil das habe ich eben gerade auch falsch gemacht. So anscheinlich. Genau. Versuch richtig zu schlagen. Ja, okay. Weil dieses Dippeln ist blöd. Okay, bist du bereit? Oh, scheiße. Nein. Ich wollte dich nicht berühren. Oh, Mann. Ich hab's geschmackt. Eins. Zwei. Ey, dir ist gerollt. Das ist gut. Ich krieg den Dreh raus. Och, Mann. Das ist kacke, wenn er da ist. Das ist voll doof. Drei. Oh, nein. Vier. Ich wollte ihn nicht treffen. Fünf. Oh, oh. Oh, was? Alter, der war richtig gut. Oh, ja. Fünf. Sechs. Bitte. Bitte, geh. Nein, geh doch einfach rein. Bitte. Bitte, ich will dich noch mal rühren. Oh, sieben. Sieben. Sieben ist gut. Sieben ist gut. Sieben ist gut. Also, ganz ehrlich, das muss ich erst mal schlagen. Ja. So, ich hole meinen Schläger. Ich auch, wenn ich ehrlich sein soll. Ich jetzt. Nehmen wir einen Beef Jerky jetzt. Ja, ist. Hau rein. Okay. Eins. Oh, was? Okay. Was ist das für ein Meister? Eins. Zwei. Na komm. Was denn? Maxi, fang. Mischi, fang. Und drei. Ja. Nicht traurig sein. So, den packe ich. Ist lecker, das Beef Jerky? Ja. Boah, der macht sogar den Mund auf und zu. Ja, ja, da musst du im richtigen, im richtigen Moment musst du ballern. Ja, hast du gerade drei. Ich dachte, ich war schon richtig gut. Okay, bist du bereit? Ja. Ich kann nicht hingucken. Sag mal, wenn der den Mund aufmacht, okay? Jetzt ist offen. Oh, habe ich hingehauen? Ich weiß, ich auch nicht. War er offen? Zu. Offen. Oh, der war nicht schlecht. Du bist zumindest schon mal hier so vorne. Ja. 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 Oh. Psch, 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 psch. Zwei. Zwei. Das war richtig. An sich war es gut. Es war zwar vielleicht mehr als ein Schlag, aber ist egal. Psch, nein, nein. Das war ein Schlag. Okay, ja. Zwei. Zwei Schläge. Drei. Ja, du Maschine. Wenn du jetzt einen Schlag machst, dann gehe ich raus ins Spiel raus. Keine Sorge. Dann gehe ich zurück. Ich escape. Nee, dann gehe ich weiter. Der vier. Dann gehe ich raus. Okay. Was soll ich sagen, wenn der auf ist? Und. Ach, Mann. Oh, nein. Das waren zwei Berührungen. Du hast drei. Vier. Was? Vier. Ja, du hast zwei Mal beruht gerade. Ich habe es gehört. Vier. Fünf. Nein. Ach. Ja, warte. Ich warte, bis er stehen bleibt. Das ist die sechste, oder? Nein. Nein. Die sechs war das. Ja. Oh, ja. Komm, 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 komm. Geh rein. Geh doch rein. Ja, 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 ja. Ja. Let's go. Das sechste war ein sieben. Ich würde sagen, sieben. Sieben waren sieben. Okay, okay. Dein Ding da aufzuholen wird eh noch schwer. Ah, ja. Hier ist der offizielle Punktgestand. Ja, es ist knapp. So. Die sind drei Löcher. Welches muss ich? Tja, das muss ich jetzt. Oh. Ich weiß, ich weiß. Ich habe das zwar mal gespielt. Aber ich weiß nicht, welches. Oh, Mann. Ehrlich nicht. Der letzte erstes ist von einem Nachhalt. Okay, dann fange ich an. Okay. Okay, okay. Alle. Mist. Ach, Mist. Ich wollte da rüberschlagen. Drei. Mist. Vier. Oh, oh. Mann, ich wollte den Abschlag. Ich weiß, ich kriege. Ach. Ja. Nein. Wo ist er? Ist er gut? Ja. Ey, John. Das gibt es nicht. Das war so lang. Das war so pures Glück. Aber guck, ich habe dir jetzt ja geholfen. Du weißt jetzt, wo es längst geht. Du musst den Beisalber holen. Du wolltest eigentlich in den ersten rein. Du wolltest ins erste Loch und hast aus Versehen ins hintere gemacht. Kann ich da selber reinfallen? Nee. Schade. Ich habe einfach Glück gehabt. Ja. Ja, einfach, einfach Glück. Oh, oh, jetzt wird es, oh. Ich zeige dir jetzt, wie das geht, okay? Ja, okay. Du musst nämlich von unten kommen. Ah, ja. Er hat einen Schläger falsch. Warte. Ja. Der Zitat zu sehr. Ja, okay. Konzentration. Eins, zwei und greifen. Und jetzt macht man mit Schwung. Spurpaar. Oha, oha. Er ist oben. Ja, aber der ist, oh. Nee, wie? Er rollt, er rollt. Er rollt. Er hat sich berührt. Nee, ich habe ihn überhaupt nicht. Nein, ich habe ihn nicht berührt. Ey, Palle, komm rein. Nein, wie das ist, der ist aus. Der ist im Aus. Der ist im Aus. Der muss wieder da oben drauf gelegt werden. Der war im Aus. Wir haben die schwierigen Fest gemacht, hä? Ja, aber das sind die offiziellen Mini-Golf-Regeln. Aber ist jetzt wieder bei null, oder? Ja, du bist bei eins. Zwei. Ach, scheiße. Aua, oh. Weg mit dir. Warte mal, da habe ich mich erst mal weggeschubst. Zwei. Äh, drei. Nee, nee, zwei ist schon richtig. Okay, zwei. Das ist so, wenn man so schlagen will. Da kriegt wer's. Naja. Drei. Oh, was? Hör doch gut, der Hände. Ja, warte, ich hole. Aua, ich bin ohnmächtig. Das war ein bisschen, Alter, mit hinten kann man ja richtig doll machen. Ja, ja, du hast neue Taktik. Ja, aber musst du jetzt von vorne anfangen? Nee, nee, der war hier vorne. Vorhin ein Loch war ja. Hier? Nein, der war doch hier hinten. Hier? Wie war das? Nein, der war hier. Okay, okay. Also hier, da, hier lege ich ihn dir hin. Okay. So. Zack. Oh, was machst du denn immer? Aua, ich bin schon wieder ohnmächtig. Ich hab ein Déjà-vu gerade. Ich steig jetzt anders rum. Okay. Wir sind immer noch bei zwei Schlägen, oder? Nein, vier. Ich hab keinen Mathe, keinen Mathe-Kund. So. Fünf. Oh, wo ist er jetzt? Nein, aber es war gut. Er ist hier gelandet. Hier. Oh, ja. Fünf. Sechs. Oh, oh, oh. Bitte rein. Du mit einem Eingepacken bist. Oh, come on, bitte. Sieben. Okay, ich hab ihn. Ab ihn. Und damit ist Paleno ein weiteres Mal Golfmeister. Yay. Nein, glaube ich, die Technik aus hatte. Leute, wenn ihr Bock habt auf weitere Minigolf-Folgen, weil das letzte Mal war ich, glaube ich, auch so weit hier mit Manuel und dann hat Manuel gesagt, ich mach eine YouTube-Pause. Dementsprechend, Leute, wenn ihr Bock habt auf weitere Minigolf-Folgen, wo wir auch mal die ganzen anderen Minigolf-Tracks benutzen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst unter keinen Umständen bei Maxify vorbeizuschauen. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und nein. Und dann habt ihr alle noch einen Traumhaft. Kommt rein. Ciao, ciao.